Hallo zusammen, ich bin Delia und bin im ersten Lehrjahr als Kauffrau bei der Mayer-Dobler-AG. Gerne zeige ich euch, was der Beruf Kauffrau so ausmacht. Hallo zusammen, ich bin Alessia, ich bin im zweiten Lehrjahr, ich mache das KV bei der Mayer-Dobler und möchte gerne einen Einblick geben. Momentan arbeite ich im HR, wo ich Arbeitsverträge erstellen darf und das Coole ist, dass ich auch Werbungsgespräche mitführen darf. Es ist lässig bei uns zu arbeiten, weil wir eine U-Kultur haben und wir wechseln alle sechs Monate die Abteilung. Was auch super ist, wir werden immer sehr unterstützt und gefördert. Ich bin am Empfang tätig, zu meinen Hauptaufgaben gehören Telefon abnehmen und die Kunden zu betreuen. Wir dürfen auch interne Sitzungen führen, wo wir unsere Ideen selber einbringen dürfen. Bei uns wird arbeiten, muss eine interessierte, offene und kommunikative Person sein, die gerne in einem Team arbeitet. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann bewerben wir euch jetzt bei Mayer-Dobler, wir würden uns freuen. Liev auf Steina. Bis zum nächsten Mal aus und Nay. Bis zum nächsten Mal noch, Maps, auf des Tagesabschl contexts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.